Guten Abend, herzlich willkommen hier im Studio. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Ich freue mich, dass Sie zu Hause wieder einmal mit dran sind an den Fernsehgeräten. Die Gäste des heutigen Nachmittags, zunächst eine Gruppe aus Österreich, Trenchcoat. Und dann ein Mann, der bei seinem ersten Auftreten von der Polizei abgeführt wurde. Das war in der Fußgängerzone in Wien, Götzinger. Und jetzt noch drei bezaubernde junge Damen, die Sie zum ersten Mal beim Grand Prix Eurovision in Den Haag gesehen haben. Chocolate, Menta und Mastik. Sie treten nicht auf, Sie schweben über die Treppe herunter und jetzt wieder rechts hinter die Tribüne, weil Sie ja nochmal kommen sollen. Wir beginnen also mit unserer ersten Gruppe, die man bislang, glaube ich, im Fernsehen noch nicht gesehen hat. Wird Zeit, dass wir Sie einmal vorstellen. Bühne frei für Trenchcoat. Das Leben war nicht nur wie ein guter Freund zu mir. Deswegen häng ich seitdem ich dicke nur an dir. Weil bisher hab ich nur wie ein Sandler vegetiert und du hast tausend Trink mit mir ausgeführt. Deswegen hab ich dir in der bisher akzeptiert. Das Leben hat mir schon manchen Schicksalsschlag beschert. Deswegen wirst du so wahnsinnig von mir verehrt. Weil du gehst zu den Leuten, die es sehr gern helfen tun. Nur später kriegst du den Leuten, die es sehr gern helfen. Und du bleibst in Zukunft immer weiter in der Land. Wenn's nicht dämpferd ist, kannst du's gut bei mir haben. Und wenn's nicht dämpferd ist, dann sei's still und voll's lang. Wenn's was mögen bist, ob eine schriftliche Eingang bei mir. Wenn's nicht dämpferd ist, kannst du's gut bei mir haben. Und wenn's nicht dämpferd ist, dann sei's still und voll's lang. Wenn's was mögen bist, ob eine schriftliche Eingang bei mir. Ich bin, seit kurzem gibt's nur recht große Mühe. Versuchst, der Mensch, zu sein, den ich um mich halbüht. Ein jeder trotz der Zeit, eben, dass er das versteht und dass im Leben auch heute nicht anders geht. Ich glaub, du fragst es oder bist du da zu spät. Wenn's nicht dämpferd ist, kannst du's gut bei mir haben. Und wenn's nicht dämpferd ist, dann sei's still und voll's lang. Wenn's uns löten müsst, ob eine schriftliche Eingang bei mir. Wenn's nicht dämpferd ist, kannst du's gut bei mir haben. Und wenn's nicht dämpferd ist, dann sei's still und voll's lang. Was was mögen müsst, ob eine schriftliche Eingang bei mir. Was nicht dämpferd ist, kannst du's gut bei mir haben. Und wenn's nicht dämpferd ist, dann sei's still und voll's lang. Was was mögen müsst, wo ein schriftliche Eingang bei mir ist. Ja, wenn Sie zu dem Klang was übrig haben, dann würde ich doch vorschlagen, die Karte zu kaufen und sie sich anzuhören.